hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WWE Folge 139 wir sind immer noch nahe und wir unterhalten uns immer noch also viel Zeit ist jetzt auch nicht vergangen und brauchen noch neun Wildrocks obwohl ich die immer am unliebsten umgebracht habe weil man den nicht ledern kann aber gut wir geben uns die Mühe ja in gerade an 139 dran und du bist dabei upsala dabei zack massenhaft an Let's Play Videos so muss das sein vielleicht haben wir jetzt ein Leica vielleicht kann ich dich jetzt auch herzlich willkommen heißen bei uns auf dem Kanal ja so ganz schnell kann es gehen weil der schon früh war um halbacht nicht schlecht ähm ich hab mir zum Teil noch gefunden der so ja wie soll es anders sein er lockt sich auf seinen Priester ein und das reimt sich auch noch mal gucken was passiert oder ist er obwohl er ständig aufläuft doch mal gucken nein das ist er nicht oder dass das hätte jetzt gepasst das hätte er jetzt gut gepasst oh verdammt das passiert wenn man da nicht aufpasst und irgendwas anderes macht in der zeit dann verreckt einem unser cut ähm ablenkt ein Schuss nö das bringt nix hüpf hüpf so so trinken wir was essen was der Anfang der gerade immer ein bisschen süchtig ich bin am liebsten dort bin gerade bei den Tier Quests die äh Uppsala die äh der äh ich fügel at Zürcher acht Vögel So, jetzt haben wir eine Semi wieder Semi zurück Nein, so Kriegegespräche im Gilden Chat Kann man mit 64 Start Dann Gut Ja, wie gesagt, ich mach das am liebsten Vor allem weil man dann nochmal was anderes außer Regen sieht Dann würden wir vom Wald ausgehen oder was anderes außer Pilze Mal Leere jetzt feste Modalook, Modalook, Leere jetzt feste Ähm Äh, ich zum Teil schon Ähm Hat da Wie viel Quests, ich glaub drei oder vier, ne? Drei und vier Quests gemacht Gucken wir, dass unser Pad auch heil ist Ne, es ist wohl nur noch drei Das dürften wir ohne Probleme schaffen Und immer wieder Agro Immer wieder Agro Uh, so Immer wieder Agro, ja, wir haben es wieder geschafft Wir schließen jetzt erstmal das Auto Äh, Auto Geht drauf Und äh, wachten bis wir etwas mehr Mahn haben Dann halten wir nochmal unseren Freund Ja, der ist mit Trafferwertung als Jäger Braucht Am Ende Äh, ne Was anders zu sagen Es gibt gewisse Schlüsselnchen Die man Meist haben möchte 75 Hehehe Es ist ein Vulva Ja, da hat er wirklich recht Das ist ein schönes Teil Ja, da hat er wirklich recht Und ähm 1,88 Trefferwertung ist ziemlich gut Für den Anfang Ich tippe darauf, dass er das im Moment an hat Oder er hat es aus dem Atlas Loot gesucht Ne Ne Ich nehme jetzt weiter den Adler vor Äh, wir müssen wieder Autohit machen So, kommt man auch in Elementarsachen So, kommt man auch in Elementarsachen Erdpartikel, Luftpartikel Und ganz hohen Oh, das könnte was knapp werden Wir brauchen noch circa 100 Meiner, dann können wir uns ja Och, passt Wir müssen schnell was in die ins Gesicht gehen Und zack Ein leckeres Wildbret Ja 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 Ähm, ich frag mal Bis Denn Bergen Ähm, bis Denn Ne ich hab auch was Bist du denn Immer morgens online Bist du denn Oft morgens Hauen wir jetzt den Elefanten mit. Vielleicht kriegen wir dann noch ein Horn, weil, wie gesagt, brauchen wir nachher auch für Ruf. Es ist nämlich immer gut, wenn man schnell viel Ruf sammelt. Das verwirrt mich jetzt. Ich tippe auf einen zweiten Account. Lass uns doch mal gucken. Ja. Ja, ein zweiter Account. Okay. Ein zweiter Account ist natürlich auch eine schöne Sache. Sehr schön. Jetzt haben wir die schon mal fertig. Gehen die mal abgeben. Ja, dann kann ich nicht anders. Wegen meiner Arbeit habe ich das nicht. Klar? Nicht. So. Mal gucken, mal gucken. Wie lange sind wir noch da heute? Circa 30 Minuten. Ansonsten morgen wieder ab. Circa 36 Minuten. Ach, das ist ja schon wieder. Blöde Typ. Ich habe überlegt, ob ich jetzt 36 aufstehen soll. Oder um 6. So, jetzt kommen die nächsten 30 Minuten. Die nächsten 60 Minuten. Ne, war das falsch? Ich habe nämlich, glaube, von hinten bekommen. Und die nächsten 90 Minuten. Ja. Allerdings gibt es da eine ganz coole Quest-Belohnung. Nämlich hier das Gewehr. Ich meine, entweder das oder ein anderes. Aber das ist cool. Ich glaube, sogar den Hut kriegt man. Oh, ich weiß. Ich weiß es gar nicht mehr. So, genau. Ich werde einen Termin was machen. Genau. Das würde... Gern helfen, dann hätte gerne natürlich viel von dir. So. Ach, wenn man schon nicht. Aber ich habe schon das Geld verleveln könnte. Gern sollen wir dann morgen schon sagen. Hm. So, findet man einen Level-Partner. Wir können uns dann hier in der Feste treffen. Oder woanders. Das ist toll. So. Toll. So. 46. Da will natürlich. Alles klar. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Sehr schön, sehr schön. So. Haben wir noch was zum Abgeben? Warte gucken. Jetzt ist fertig. Kann es öffnen mal hin. Schattradwehr. Ich würde sagen... Wo sind wir denn gerade dran? In der Nähe von... Toll. Sind in der Nähe von Schattrad. Dann würde ich sagen gerne, wie die Sache für Schattrad abgeben. Weil da hinten ist ja diese Durchgang, wo wir reingekommen sind. Was dann hier auf mich warten habt. Was dann hier auf mich warten habt. Hm. Was dann noch. Genau so ist das bei mir. Ich habe nämlich auch Schichtdienst. So ist das bei mir auch Schichtdienst. Tja, jetzt können wir einfach die Unterhaltung unterbrechen. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge mit der spannenden Unterhaltung weiter und auf der Reise wieder nach Schattrad. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Und es heißt, let's review the Baron Crusade. Auf Wiedergesehen. Achja, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns.